Hey und jetzt kommen wir zur vierten Folge von Bloodhunt. Ich hab ja eingeschossen. Jaja, Signora of a War. Ich hab ja von drei Leute, komm mir vor. Es ist wie eine Lattin-Emmons. Geh Haben wir den an? Wo war fast der? Ja der ist fast da an Kiwi Nur 4 Muni Nur 4 Muni Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt Er kommt, er kommt, er kommt Alter wie lang so drüge ist Ja mann Was heißt lang so? Wo du das herkommst Wo ich nachmach wollte Ich sag 10 mal Er kommt und dann willst du noch weiter Tja aber ich war ja an der Kurve Wo dir das herkommst Alter wir machen wo 2 Deams verknallt Hehehe Da geh ich nix Hehehe Das ist gerade, oh mein Gott Das ist die ganze looten alles Das ist alles Ja wo mein Einkaufszentrum gelandet wird Ehh, ich hätte sie brauchen Ja Reinst du schon? Ja Oh mein Gott Ich habe gedacht Die warver landen immer noch mit Ja Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ja Ich bin Ich bin Ich bin Ja Ich bin Ich bin Ich bin Ich weiß nicht, ob ich das nicht verletzt habe, aber ich weiß nicht, ob ich das nicht verletzt habe. Oh, wir werden... Ah, gut, ich weiß. Das war's noch gegen ihn. fisch Schneider 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 wäre cool, dass die violette Dams Wir sind fast in der Zone Oder? Ich muss die Obersicht von der rechts nachkommen Oder? Obwohl Einfach auf den guten Zone Und auch cool Ein paar andere Wörter eigentlich Ich muss mich auf dem an Ich muss mich an Ich muss mich an Schnell Ich muss mich an Ich muss dich an Ich muss mich an Ich muss mich an Ich muss ich dich an Ich muss mich an Was ist das? 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 Nice Was ist das? 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 Das ist wieder aufgestorben, Philipp Glaube Okay Jungen fahrt er in die Richtung grenzt Was ist das sowieso nicht? Was ist das? Mit ihm hier Komm aber Ich geh da auch nicht Ich geh da auch nicht Ich geh da auch nicht Ich rede aber weiter jetzt Ich rede aber weiter jetzt Ich hab ihn wieder Ich hab ihn wieder in was ich poste kann so viel in die Funtnot Ich hab ihn wieder in die Richtung Ich hab ihn wieder in was There is a game here, man. Do you remember that you were in the zone? ist. Okay. Oh, das ist eine Saison. Da oben durch. Oh, das sind die letzten zwei Gegner da drüben. Okay, das ist mega scuffed. Dann trinken doch alle irgendwie ab uns. Abandant. Nice. Die zweite da. Ja, wahrscheinlich. Mit der blauen Mop. Siege, oder? Jawohl. Hast du auch du das gemacht, der ist da. Ich habe da hinten Kiezen. Mit der blauen Mop. Ja, moin. 1600 Schaden habe ich gemacht. 2000 Schaden wurde. Nice, oder? Nice, nice. Nice, nice. Die erste Wind. Ja, ich versuch den zu flaschen, aber ich bin nicht über die Wand gekommen, da hat es glaube ich hinter der Wand geflasht. Aber es hätte glaube ich nicht verbraucht, was du eh down gehabt dann. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe euch hat die Runde gefallen und bis zum nächsten Mal. Servus. Bis zum nächsten Mal.